Einladung zu meinem Geburtstag Ich habe wie jedes Jahr im Oktober Geburtstag. Dieses Mal ist es immerhin der 20. Den Tag möchte ich gern mit all meinen Freunden feiern. Komm deshalb bitte am 24. Oktober um 19.00 Uhr in das Haus meiner Eltern. Dort wird es in allen Räumen der unteren Etage ein hoffentlich rauschendes Fest geben. Die Adresse kennst du ja? Schwalbenweg 34. Bitte sage mir möglichst bald Bescheid, ob du kommst. Viele Grüße, Name Liebe Name Ich würde mich sehr freuen, euch zu meiner Geburtstagsfeier am 25. Mai zum Mittagstisch begrüßen zu dürfen. Es ist immerhin mein 40. Geburtstag. Ich möchte ihn daher in größerem Kreise feiern. Meine Frau und ich haben keine Mühe gescheut, für unsere Gäste eine angenehme Umgebung vorzubereiten. Wir haben den kleinen Saal im Hotel, an den beiden, reserviert. Auch für Musik und Unterhaltung wird gesorgt sein. Sagt uns bitte rechtzeitig Bescheid, ob ihr euch für diesen Anlass einige Stunden von euren täglichen Verpflichtungen freimachen könnt. Herzliche Grüße! Lieber Name, es ist wieder soweit. Ich habe Geburtstag und lade dich hiermit herzlichst ein. Gefeiert wird bei mir zu Hause in der Schillergasse 27. 20. Wann geht's los? 14.00 Uhr Wann geht's wieder nach Haus? 18.00 Uhr Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Bitte gib mir vorher Bescheid, damit meine Eltern dich rechtzeitig abholen können. Ich freue mich auf dich. Deine Name Lieber Name Ich feiere dieses Jahr meinen Geburtstag mal ganz anders. Wir machen eine Radtour nach Sondershausen. Wenn du Lust hast dabei zu sein, wäre das klasse. Am 24. Juni geht die Fahrt los und zwar schon um 13 Uhr. Wir treffen uns bei mir vor der Haustür. Natürlich musst du unbedingt dein Fahrrad mitbringen. Für alles andere, Essen, Trinken, ist gesorgt. Am liebsten wäre mir, wenn du mir bis nächste Woche Freitag Bescheid sagst, ob du auch wirklich kommen kannst. Deine Name Deine Name